Herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Roya Bassi, ich bin seit knapp zweieinhalb Jahren bei APP Unternehmensberatung tätig. Unsere Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Business Analyse, Projektmanagement, Prozessoptimierung und Ausschreibungen in diversen Projekten. Gut, jetzt haben Sie bereits einiges über Open Source gehört. Um Open Source aber auch an den Schulen korrekt anwenden zu können, ist eine gute Hardware notwendig. Auch durch die Einführung des Lehrplans 21 gewinnt natürlich die Hardware an den Schulen immer mehr Bedeutung. Wir durften bereits einige Schulen bei der Beschaffung von Hardware unterstützen und haben dabei diese sechs Erfolgsfaktoren identifiziert. Die Erfolgsfaktoren lassen sich in organisatorische und inhaltliche Erfolgsfaktoren unterteilen. In den nächsten paar Minuten möchte ich gerne auf die Erfolgsfaktoren Projektmanagement, Bedürfnisabklärung, rechtliche Rahmen und Budgetierung etwas genauer eingehen. Zur Vollständigkeit möchte ich aber trotzdem noch erwähnen, dass mit Kommunikation ein gutes Stakeholder-Management gemeint ist. Es ist also wichtig, dass Beschaffungsprojekte frühzeitig kommuniziert werden, damit Stakeholder ihre Meinungen abgeholt werden können und Widerstände nicht erst zum Schluss des Projekts bekannt werden. Auch die Definition einer guten Projektorganisation ist notwendig. Es braucht also einen Auftraggeber, einen Projektleiter und ein Projektteam, welches die Projektarbeiten abwickelt. Gut, stellen Sie sich vor, die Gemeinde X besteht aus drei Schulstandorte mit insgesamt ca. 1000 Schülerinnen und Schülern. Herr Mayer, Lehrperson an dieser Schule, hat die Aufgabe erhalten, für alle drei Schulstandorte neue Hardware, also Notebooks und Tablets zu beschaffen. Ja, was ist jetzt wichtig? Herr Mayer braucht ein gutes und strukturiertes Projektmanagement. Dies führt uns zum ersten Erfolgsfaktor. Projektmanagement wäre eigentlich ganz einfach. Es geht lediglich darum, die Erfolgsdimensionen, Lösungsumfang, Termine, Aufwand, Kosten und Qualität gut zu koordinieren. Das Problem ist leider, dass sich diese Erfolgsdimensionen gegenseitig konkurrieren. Wenn also beispielsweise Herr Mayer, um auf das Beispiel zurückzukommen, qualitativ hochstehende Hardware, also Laptops und Tablets, beschaffen möchte, muss er im Gegenzug dazu mit höheren Kosten rechnen. Oder aber, wenn der Lösungsumfang erhöht wird, also wenn nebst der Beschaffung von Hardware, der auch der initiale Rollout an eine externe Firma vergeben soll, oder der Support der Geräte an eine externe Firma vergeben soll, kann der ursprüngliche Einführungstermin nach den Herbstferien nicht eingehalten werden. Also Sie sehen, wenn eine Dimension erhöht wird, muss häufig ein Kompromiss bei einer anderen Dimension eingegangen werden. Wir verwenden bei unseren Projekten häufig die Projektmanagement-Methode Hermes, welche aktuell in der Version 5 verfügbar ist. Hermes hat den Ursprung in der Verwaltung und wird heute auch in Kantonen und Gemeinden weit verbreitet. Hermes ist zudem lizenzkostenfrei anwendbar und besteht aus vier Phasen. Die Phase Initialisierung, wo ein Projekt geplant und eine Lösung definiert wird. Die Phase Konzept, wo die definierte Lösung weiter detailliert wird. Die Phase Realisierung, wo dann die Hardware beim Lieferanten bestellt wird. Und die Phase Einführung, wo die Hardware in die Infrastruktur der Schule eingeführt wird. Hermes hat am Anfang und am Ende des Projekts und zwischen den Phasen Meilensteine. Diese haben zum Ziel, dem Auftraggeber einen Projektstatus zu geben, damit er jeweils über das weitere Go oder No-Go des Projekts entscheiden kann. Gut, Herr Mayer hat nun eine Struktur. Er weiss, wie er das Projekt managen muss. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist aber auch die Bedürfnisabklärung. Sie erinnert sich, die erste Folie. Dies ist grün eingefärbt und somit ein inhaltlicher Erfolgsfaktor. Die Bedürfnisabklärung hat zum Ziel, die Frage zu beantworten, weshalb welche Hardware beschafft werden soll. Um diese Frage beantworten zu können, lohnt es sich, in einem ersten Schritt die Ziele zu definieren. Also, für was soll die Hardware beschafft werden? Ein mögliches Beispiel für den Main wäre, dass er für alle Schulstandorte die gleiche Hardware beschafft. Ein weiteres Ziel wäre, dass er eine Hardware beschafft, die einen zeitgemässen Unterricht erlaubt und auch die Lehrpersonen dazu motiviert, die Hardware an der Schule zu verwenden. Ein weiteres Beispiel wäre aber auch, dass er Hardware beschafft, die die Verwendung von Open Source ermöglicht. Im Idealfall sind Ziele messbar, damit die Zielerreichung nach Projektschluss beurteilt werden kann. Häufig gibt es verschiedene Varianten, wie ein Ziel erreicht werden kann. In einem nächsten Schritt müssen deshalb die Lösungsvarianten aufgezeichnet werden, damit die Lösungen beurteilt und bewertet werden können und anschliessend eine Lösung definiert werden kann. Wem sagt der Begriff morphologische Kasten oder Zwickybox etwas? Sehr gut, das sind nicht allzu viele und deshalb ideale Voraussetzungen für die nächste Folie. Denn der morphologische Kasten hat sich als ein zielführendes Instrument für die Lösungsentwicklung etabliert. Der morphologische Kasten ist eine Matrix, welche aus Kriterien besteht, die einen entscheidenden Einfluss auf die Beschaffung haben und deren Ausprägungsvarianten. Ein wichtiges Kriterium ist zum Beispiel die Art der Arbeitsgeräte. Also es können stationäre oder mobile Arbeitsgeräte beschafft werden. Dann weiter die Geräte an den Oberstufen. Da wäre es möglich, eine 1 zu 1 Ausstattung zu machen. Es wäre auch möglich, pro Schulklasse eine bestimmte Anzahl an Geräten zu beschaffen. Auch wäre es möglich, pro Stockwerk eine bestimmte Anzahl zu beschaffen und diese dann auf Wagen zu platzieren. Und dann als vierte Variante wäre eine Kombination der Ausprägungsvarianten 2 und 3 möglich. Dann auch das Betriebssystem. Man könnte für alle Schulstandorte das gleiche Betriebssystem verwenden oder den Schulstandorten die Auswahl überlassen. Durch die Kombination der verschiedenen Ausprägungsvarianten entstehen verschiedene Lösungsvarianten. Wir arbeiten oft so, dass wir mit den Kunden zuerst die Minimal- und Maximalvariante definieren, da die Realität, also diese Lösung, die dann wirklich beschafft wird, meist dazwischen liegt. Hier grün eingefärbt, sehen Sie die Lösungsvariante von Herrn Mayer, die er für seine Schule beschaffen wird. Also es wird mobile Arbeitsgeräte geben und für jedes Stockwerk wird ein Drucker beschafft, etc. Gut, Herr Mayer hat nun sämtliche Informationen, also die Ziele, die Lösungsvarianten erarbeitet und die Lösung definiert und somit sämtliche Informationen, die er für das pädagogische Konzept braucht. Das pädagogische Konzept beantwortet die Frage, wie die Hardware an der Schule verwendet werden soll. Das pädagogische Konzept ist somit Bestandteil der Phase-Initialisierung, da ja im pädagogischen Konzept und in der Phase-Initialisierung die Lösung definiert wird. Wenn ein gutes pädagogisches Konzept vorhanden ist, kann das technische Konzept relativ einfach davon abgeleitet werden. Das technische Konzept beinhaltet die Minimalanforderungen an die zu beschaffende Hardware. Herr Mayer wird also beispielsweise die minimale Bildschirmgrösse der Tablets und Notebooks bestimmen, er wird die minimale Anzahl an USB-Schnittstellen definieren, er wird die Art des Prozessors definieren, etc. Es werden also sämtliche technischen Spezifikationen definiert, damit die Lösung umgesetzt werden kann. Und da ja die Lösungen von den Zielen abgeleitet werden, können somit auch die Ziele erreicht werden. Das technische Konzept ist Bestandteil der Phase-Konzept, weil die definierte Lösung weiter detailliert wird. Gut, Herr Mayer hat nun sämtliche Informationen, er weiss, was er genau beschaffen möchte, welche Geräte, welche Notebooks und Tablets er möchte. Nun kann er die Beschaffung in Angriff nehmen. Diese ist ebenfalls Bestandteil der Phase-Konzept und es lohnt sich hier, den rechtlichen Rahmen korrekt einzuhalten. Denn wenn der Beschaffungswert den Schwellenwert von 230 Franken überschreitet, muss die Ausschreibung öffentlich ausgeschrieben werden. Eine öffentliche Ausschreibung hat zum Ziel, den Wettbewerb auf dem Anbietermarkt sicherzustellen, das wirtschaftlich beste, nicht günstigste, aber beste Angebot zu evaluieren, Transparenz auf dem Anbietermarkt zu gewährleisten und eine Gleichbehandlung der Anbieter sicherzustellen. Also diese vier Grundpfeiler müssen eingehalten werden. Es lohnt sich hier genügend Zeit einzuplanen. Wir planen jeweils mit einer Durchlaufzeit von knapp fünf Monaten, weil zuerst die Ausschreibungsunterlagen erstellt werden müssen, dann muss die ganze Ausschreibung mindestens 40 Tage publiziert werden, dann müssen die eingegangenen Angebote noch evaluiert werden, bevor dann irgendwann ein Vertragsabschluss gemacht werden kann. Es gibt immer wieder Fälle, wo solche Verfahren nicht mit der notwendigen Sorgfalt abgewickelt werden. Es gab da zum Beispiel einen Fall in einer Berner Gemeinde, da wollte man ebenfalls Hardware beschaffen und da gab es von einem Anbieter einen Rekurs, weil gemäss Anbieter nicht produktneutrale Hardware ausgeschrieben wurden, also nicht produktneutrale Kriterien. Die Schule, Gemeinde wollte konkret Apple-Produkte und dies hat dann den Wettbewerb eingeschränkt und somit diesen Grundpfeiler verletzt. Solche Rekurse können natürlich extreme terminliche Verzögerungen mit sich bringen, deshalb lohnt es sich wirklich hier bereits zu Beginn alles genau einzuhalten. Gut, den letzten Erfolgsfaktor, den ich gerne noch nennen möchte, ist die Budgetierung. Die Kosten sind in den Projekten immer wieder ein wichtiges Thema. Nun ist es ja so, dass Herr Mayer zu Beginn des Projekts die konkreten Gesamtkosten nicht nennen kann. Also was muss er machen? Er muss am Anfang eine grobe Schätzung der Gesamtkosten machen. Dies gibt ihm dann bereits einen Hinweis darauf, ob der Schwellenwert überschritten wird bzw. ob eine öffentliche Ausschreibung notwendig ist oder nicht. Ebenfalls zu Beginn des Projekts müssen minimale Kosten genehmigt werden, damit die Phase Initialisierung und Konzept abgewickelt werden können. Denn erst in der Phase Konzept wird ja die Ausschreibung publiziert. Das heisst, erst dann werden die Angebote bekannt und erst dann kann berechnet werden, wie hoch die konkreten Gesamtkosten wirklich sind. Die konkreten Gesamtkosten werden also Ende-Phase-Konzept berechnet und zum gleichen Zeitpunkt werden auch die konkreten Gesamtkosten genehmigt. Dies ist ebenfalls ein eher längerer Prozess, weil meistens Botschaften verfasst werden müssen, die dann vom Gemeinderat freigegeben oder genehmigt werden müssen oder dann wird das Projekt sogar an eine Gemeindeversammlung traktandiert. Sobald dann die konkreten Gesamtkosten freigegeben sind, können in der Phase Realisierung die Geräte bestellt bzw. vom Lieferant geliefert werden, damit dann die Hardware in der Phase Einführung auch in die Infrastruktur eingebunden werden kann. Gut, ich habe jetzt etwas Zeit gut gemacht und hoffe, dass ich Ihnen trotzdem ein paar Erfolgsfaktoren aufführen konnte und stehe natürlich auch vor Fragen später noch zur Verfügung. Fantastisch, vielen Dank für deine hervorragende Zusammenfassung. Aber das Einzige, was ich korrigieren würde, dass es nicht nur 230 Franken sind, sondern 230.000 Franken. Das heißt, wenn Sie unter 230.000 Franken sind, dürfen Sie mehr oder weniger mit Freihändern arbeiten oder Einladungsverfahren, wenn es darüber ist. Genau, danke für die Korrektur. Ist mir gerade nicht aufgefallen. Aber genau. Und darunter wird gesplitten. Nein, bitte nicht splitten. Genau, das ist ein Bad Practice. Kannst du einfach dazu noch kurz was sagen? Was gab es schon für Bad Practices? Ja, eben, es kommt immer wieder zu Ressourcen. Splitten ist eigentlich auch nicht erlaubt. Also, wenn das herauskommt, kann es Probleme geben. Und eben auch so Apple, konkret Apple-Produkte ausschreiben. Oder es kam auch vor, dass bereits vor der Publikation Offerten eingeholt wurden, damit irgendwie Kosten geschätzt werden konnten. Dies ist natürlich auch nicht gut. Wenn dies auffliegt, kann nochmals von vorne begonnen werden. Vielen Dank.